Hallo, das kommt zu Rune Badwars und... Ah, ich hab Glück, der Typ, der da... Der Pinke ist halt... Gibt halt keiner. Ähm, ja. Holy shit. Ist einfach in die Mitte ohne Gold. Ah, das haben die andere Bomme gemacht. Weil ich das einfach direkt machen soll. In der Tat... Dafür hab ich jetzt aber echt lange gebraucht. Ach du Scheiße, ich hätte einfach nur noch... Ah, ich hab nur zurückgehen müssen. Oh, ich hab Glück. Na gut. Jetzt soll er mich töten. Er ist so langsam. Okay. Oh, wir haben jetzt die einzige Chance, ihn zu töten. Ja. Okay, jetzt brauche ich. Sollte ich mir gleich mal gute Heizung sollen. Schöne Rüstung. Schöne Schwert. Davon läuft er schon wieder in die Mitte. Meine ich gerade gesehen zu haben. Ist mir egal, ich greife jetzt einfach den Tigern an. Wenn ich Lila angreife, dann schießt du mich runter. Junge. Es macht so keinen Sinn für ihn mich da jetzt runter zu schießen. Da nimmt er nichts mit der Mitte zu fahren. Und dass er ihn jetzt abschließt, wenn er zu mir geht. Das macht gar keinen Sinn, Junge. Also für ihn. Das wäre doch gut, wenn er mich töte. Oder ich ihn. Also wenn ich den. Lilan töte. Ist dann der Grüne dagegen? Soll ich mal mit zwei Bögen. Den einen lassen wir gehen. Toll, ich habe einen Pfeil. Ich treibe Öl. Sehr stark. Toll, ich habe nicht mein Bruder mitgenommen. So. Den holen wir uns jetzt. Ist mir egal, ob ich sterbe. Als ob mich die andere am Ende holt, den bin ich jetzt so. Och ne, so einer. Yo. ich brauche mal zwei eisen kurzen ich werde mich jetzt fast noch bekommen weil ich so blöd bin dann gehen wir jetzt mal zu lila der chillt hier in der mitte ist habe ich nicht gesehen und ich habe nur einen pfeil von zwei bögen was jetzt so trist du mich bestimmt spiel gefühlt alleine gegen beide er muss runter kommen noch bitte einfach runter sogar ganz gut funktionieren ich lebe noch mein bett auch wenn man steht noch besser gesagt oder muss jetzt die töten also im blauen danach muss ich ohne gold gegen die dienen mit gold spielen auch hier viel zu fahren ich weiß nicht so scharf wie soll ich das jetzt sonst machen sonst läuft er zu mir durch 2000 jahre später und es kommt der andere zu aber dafür habe ich noch recht ewig gebraucht ich fühle mich jetzt da nicht gut Yo Er hat ein Eisenschwertertyp Das bringt ihm aber auch nichts Gut Er lief einfach, wo wurde noch weiter Jawoll, dann habe ich auch nicht gewonnen Ja, dann hoffe ich, dass es wieder euch gefeinert Bis zum nächsten Mal, haut rein und ciao